Held von Hyrule vom heiligen Bandschwert erkoren Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst, das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bandschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. Oh Mann, Schwert, das unvorstellbare Zeiten überdreht. Mann, oh Mann. Geht's noch dramatischer? Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee. Naja, meine Meinung zu den Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Tja, er hat sein Schicksal erfüllt. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch im Po in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich Revali der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, hab ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch! Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Daruk ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl inne wohnt. Kannst du sie wirklich hören? Gut. Vor einem Titel hat man einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titanen wie im Schlaf beherrschen. Ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder? Bruder? Ach ja, du wurdest als Leibwichter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch. Aber diese Prinzessin. Besonders entspannt ist die ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Was ist... Das hätte ins Auge gehen können. Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen. Und jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das ist nicht gut. Und jetzt rumpelt die Ohren fliegen in derurufe. Als Lass abt um den Tren. Und jetzt rumpelt die Ohren fliegen. Und das ist nicht gut. Abt um das zu verbrechen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber das ist nicht gut. Noch immer keine Reaktion. Diese Ruinen müssen für den Helden bestimmt sein, den das Bandschwert auserwählt hat. Daran besteht kein Zweifel. Aber wie man sie aktiviert, wissen wir nicht. Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was deine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Ah, kaum ruft man dich schon, bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule, nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck. So lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen. War sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde. Ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titan zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Oh, Bosa! Was war das? Dieser Krach! Was machst du denn hier? Oh, Bosa! Oh! Oh, Bosa! Ah! Ah! Die Wunde ist nicht zertief, aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Guck hier. Und hier noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier. Vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Hey! Guck mal hier! Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung. Und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Ist schon! Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümmes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal hab ich dich geheilt. Genau wie jetzt. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn irgendjemand, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Ich, egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte, ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber, aber, was, wenn, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Was? Wir sind so weit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung Ganon nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt, dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, euer Majestät. Ich bin nehm. Und du was... Ich versuchte... Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem, meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Geduld und Liebe, mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des Anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nel ist ein alter Name für Nairo, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairo geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig, sie enthält Nairos Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich nehme meine 17. Geburtstag. Mein 17. Geburtstag. Das war 16. Geburtstag. Ich werde zu diesem Berg так besuchen. Ich werde euch das Hameln und den Halt auch selbst bekommen. Ich werde euch vor allem Besucher. Ich werde euch vor allem überlaufen. Ich werde euch vor allem gut gehen. Ich werde euch vor allem. Na, hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Werk der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen, aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Das ist... Kein Zweifel. Es ist soweit. Er ist es. Er ist... Er wacht. Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment. Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Töne. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass gar noch ne Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber... Bitte! Bitte, lasst mich mit euch kommen! Bitte! Ich werde auch mit euch kommen. Warum? Wie konnte das passieren? Die Titanen! Die Wächter! Warum greifen sie uns an? Oh nein! Ganon hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Daro, Rivali, Mipha und Obosa. Sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Ganon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich... Alles, was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Und jetzt sind alle tot. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich bin hier. Also... Ich habe sie im Stich gelassen. Ich habe sie im Stich gelassen. Sie haben sie im Stich gelassen. Ich habe sie mit uns verabredet. Und dann haben sie mit ihnen erwecken. Ich weiß es im Stich gelassen. Ich hoffe, dass ich es nicht verabreden kann. Ich habe sie mit mir schinyenge Séries gelassen. Ich habe sie gemerkt. Nein! 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 War ich das? Was? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du darfst nicht sterben! Bitte, du darfst nicht sterben! Oh nein! Es gibt noch Hoffnung. Link kann... ...gerettet werden? Prinzessin! Prinzessin! Seid ihr wohl auf! Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch! Bringt diesen Mann so schnell wie möglich zum Schrein des Lebens! Vereilt euch! Bevor er sein Lebenslicht für alle Zeiten erlischt! An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seine Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin! Dieses Schwert... ...das Master-Schwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin! Großer Dekobaum! Wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja... Ja... ..., wenn gibt es Bergafland für uns geچ Sanat. So has mir gehört, Peter? Ich weiß!